Die Weltranglisten erste Serena Williams steht bei den French Open im Endspiel. Die Amerikanerin gewann am Donnerstag in Paris im Halbfinale gegen die Mea Baksinsky aus der Schweiz mit 4.6, 6.3, 6.0 und greift beim Sandplatz-Klassiker damit nach ihrem dritten Titel. Im Finale trifft die 19-fache Grand Slam-Turniersiegerin am Samstag auf Lucia Safarova. Die tschechische Fedkub-Gewinnerin von 2014 setzte sich gegen die Serbien Anna Ivanovic mit 7.5, 7.5 durch und steht damit zum ersten Mal bei einem Major-Event im Endspiel. Ein Traumwirt war für mich, sagte Safarova nach dem größten Erfolg ihrer Karriere überwältigt. Ich kann es noch gar nicht glauben, was ich geschafft habe. Nachdem die Fedkub-Siegerin von 2014 nach 1.52 Stunden ihren dritten Matchball verwandelt hatte, ließ sie sich glücklich auf den Rücken fallen, ehe sie Kossende an das Pariser Publikum verteilte. Dabei erwischte Ivanovic auf dem Zentr-Record Philippe Catrier den deutlich besseren Start und nahm der Tschechin sofort den Aufschlag ab. Bis zum 5.2 im ersten Satz hatte die Serbien die Partie sehr zur Freude ihres Freundes, Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, im Griff. Doch dann verlor die Nummer 7 der Welt auf einmal ihren Rhythmus. Safarova wurde dagegen immer stärker und holte sich nach 46 Minuten überraschend doch noch den ersten Satzpunkt auch im zweiten Durchgang fand Ivanovic nicht mehr zu ihrem druckvollen Spiel zurück. Stattdessen gelang Safarova das erste Break. Doch als die 28-Jährige beim Stand von 5.4 zum Matchgewinn aufschlug, begannen ihre Nerven auf einmal zu flattern. Nachdem sie zuvor sehr gut serviert hatte, leistete sie sich nun auf einmal drei Doppelfehler und vergab sogar einen Matchball. Ivanovic kam so noch einmal ins Spiel und glich zum 5.5 aus. Aber dann verlor sie ihrerseits wieder ihren Aufschlag. Wenig später machte Safarova den Finaleinzug perfekt. Serena Williams taumelte, aber sie fiel nicht, und das nicht nur im übertragenen Wortsinn. Der Superstar gab gegen die Schweizerin Timia Baksinski eine rätselhafte Vorstellung. Zwischenzeitlich sah es danach aus, als wäre sie im Krankenhaus besser aufgehoben als auf dem Code Philippe Katrier. Ich bin krank, ich weiß nicht, woher ich die Energie für diesen Sieg genommen habe, sagte sie anschließend, ehe sie das Siegerinterview mit einem Hustenanfall beendete. Williams Auftritt erinnerte in manchen Momenten an die seltsame Darbetung in Wimplett und im vergangenen Jahr. Damals war sie im Doppel wie benebelt über den Platz gestolpert, vor dem Aufschlag konnte sie nicht einmal mehr den Ball auf den Boden prellen. Das passierte der 33-Jährigen auch gegen Baksinski, was folgte, war ein Aas mit 193 Stundenkilometern. Wie viel schon in ihrem Drama steckte, kann nur Williams selbst beurteilen. Ihr ging es so schlecht, dass sie sich während der Seitenwechsel auf der Lehne ihre Sitzbank aufstützen und den Kopf mit dem Eishandtuch kühlen musste. Zwischen den Ballwechseln schlich sie im Zeitlupentempo über die rote Asche, eine Behandlungspause nahm sie allerdings nicht. Schwer gezeichnet gewann sie nach dem 2-Doppelpunkt 3 im zweiten Satz 10-Spiel nacheinander und damit das Matchpunkt. Damit setzten sich die seltsamen Auftritte der Tennis-Diva in Paris fort. Dreimal, darunter auch in Runde 2 gegen Nubodi Anna-Lena-Fritzam aus Deutschland, hatte sie den ersten Satz völlig verschlafen und sich mühsam durchs Turnier gequält. Erst im Viertelfinale am Mittwoch gegen Sarah Arani aus Italien überzeugte sie zum ersten Mal. Williams ist allen Gegnerinnen auf der Welt derzeit allerdings dermaßen überlegen, dass sie selbstsichtlich angeschlagen von Erfolg zu Erfolg eilt. Nach ihrem Triumph bei den Australiern Open kann sie nun bereits ihr zweites Grand-Slam-Turnier in dieser Saison gewinnen. So ist auch der Rekord von Steffi Graf, die als erfolgreichste Spielerin in der Geschichte des Propheten es 22 Meier-Titel gewann, nicht mehr weit entfernt.